Älter werden heißt, selbst ein neues Geschäft antreten. Alle Verhältnisse verändern sich. Und man muss entweder zu handeln ganz aufhören oder mit Willen und Bewusstsein das neue Rollenfach übernehmen. Fuck you. Goethe. Was, wenn das Leben einfach ohne dich passiert? Was, wenn am Ende einfach keinen interessiert, was du wirklich willst? Was, wenn Erwachsenwerden eigentlich nur heißt, dass du vor lauter Pflichten einfach nicht mehr weißt, was wichtig ist? Was richtig ist? Und jeden Tag definierst du, wer du bist. Jeder fragt, was dein Plan für morgen ist. Und jeden Tag ignorierst du, was du vermisst. Und wer du lieber wärst. Und was bleibt? Tausend Regeln, keiner kennt das Spiel. Was bleibt? Tausend Wege, keiner führt ans Ziel. Es bleibt nicht viel. Jede Entscheidung heißt doch auch, du verlierst tausend Optionen, die du gar nicht erst probierst. Bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? Bist du soweit? Bist du soweit? Wenn jeder Mensch etwas Besonderes ist, wie siehst du dann noch, wie besonders du bist? Es wird normal, es wird egal. Wir alle sind nur ein Korn im Sand der Zeit, zwischen Angst und Bedeutungslosigkeit. Wir laufen blind, nur nach Worn, Hauptsache weit genug, egal wohin, der Weg, das Ziel und Überfordert, unterschätzt und der erste Lach zuletzt, kleine Welt und doch so groß. Viel erwartet, nichts passiert, nur das Chaos neu sortiert, ganz egal, lauf einfach los! Die Uhr bleibt stehen, die Spuren verwehen im Wind, warum erklärt uns niemand, wer wir sind? Was bleibt? Was bleibt? Tausend Fragen, doch die Antwort fehlt. Was bleibt? Was bleibt? Tausend Tage, die niemand mehr zählt. Ist nur ein leeres Blatt Papier, auf dem niemand schreibt, was bleibt dann noch von mir? Jeder Schluss ist ein Beginn und wir treiben vor uns hin und wir suchen vergebens und jagen verlorene Zeit. Jeder Anfang, ein Ende, sind älter und doch nicht bereit. Aplausend Applaus Applaus